Es gibt einige Dinge in deinem Leben, die du immer wieder erinnern kannst. Es ist ja nur der Gedanke, einen Freund zurückzulassen. Allein in einer Wand ist eigentlich fast unerträglich. Ich weiss nicht, ob ich ihn dann noch über die Berstigung steigen würde. Es gibt einige Dinge, die unpredictable sind. Und in particular, wenn du neue Routen machst, wenn niemand auf dem Weg war, dann gibt es einige realen Risiken. Man kommt auf einen Gipfel, das ist einer der schönsten Tage im Leben. Es passiert aber nur fünf Meter unter dem Gipfel, ein schwerer Unfall. Dann kann es der schlimmste Tag des Lebens werden. Also das Glück und das Unglück sind auf einmal wahnsinnig nach zusammen. Das ist vielleicht auch das, was einen Gipfel dann so speziell macht. Der Gipfel hat meine Legge ungefähr halbwegs zwischen meinem Knie und meinem Ankle. und es sieht aus, dass dieser höheren Teil einfach ausfallen würde. Wenn du nur das Zweite bist und es passiert in der Gipfelregion an Tupendeo etwas, dann wird es sehr schwierig, dass du eine Rettung überhaupt machen kannst. Schwierig bis fast unnuglich. Ich denke, wenn du keine Hoffnung hast, dann ist es wirklich schwierig. Aber das hat mir Hoffnung gegeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017